Ich komme vom Careers Center für die ETA und habe jetzt das Erfahrung. Dass hier ein Event stattfindet, das jetzt zum ersten Mal durchgeführt wird, bin ich total motiviert, weil ich da gerade im Prozess bin, mich jetzt zu informieren, wie das aussieht mit Stellensuche nach der ETH und ich werde mich so begeistern wieder anlassen können. Ich fand das Event eh super, weil ich konnte auch ohne Anmeldung herkommen und mit Vertretern reden in einer laukeren Gesellschaft. Man konnte auch zwischendurch noch was essen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe sogar noch bei dem Entschuldeskill mitmachen können und kann es gleich in meine neue Vespa geben. Die Lage nach der Karriere an der ETH Zürich ist ein Riesenerfolg in jeder Hinsicht gewesen. Es waren über 35 Unternehmen da, unzählige Studierende, Vollaction, überall was los. Wir sind sehr zufrieden, wie der Abend verlaufen ist und wir freuen uns riesig auf ein nächstes genauso erfolgreiches Jahr.